Ich mag gerne mal was Neues ausprobieren. Okay. Warum mochtest du das nicht mehr bei Mama, dieses Blonde? Meinst du? Das Blonde, finde ich, sieht ganz schlimm billig aus. Ich finde es auch ganz schriftlich. Das habe ich dir gesagt, als du es gemacht hast. Okay, okay. Und die Frisur, den Schnitt, hat sie gefühlt seit 28 Jahren. Nur, dass es mal ein paar Locken ab und zu zwischendurch drin sind. Also es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche, okay. Gut, also, naja, das war ja ganz schön harte Worte. Aber gut, wichtig ist es natürlich bei einer Beratung, dass auf jeden Fall die Kundin sich wohlfühlt. Somit legen wir los und ich bin gespannt und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Jetzt ist die Saison vorbei. Ja. Was macht man sehen? Ich bin Herr Köln. Wo? Ich bin Neustart. Ich bin jetzt in der Oste. Achso, okay. Und da kommen viele, viele Hamburger Pferde für den Urlaub. Wissen Sie, Sie sind NC45. Wissen Sie, was ich bin? Ich bin NC20. Sie sind 45 und das geht in Fünfer-Schritten hoch. Da können Sie mal sehen, wie braun sie sind. Wir haben Strand. Wir haben gerade die Saison hinter uns. Jeden Abend nach der Arbeit. Sollte ich mich auch noch kurz teilen? Nee. Du bist doch nicht das erste Mal im Video. Immer nur leicht. Ich spreche mich gerne vor der Kamera mit meinem Akzent. Ich mache das mal weg. Nee. Nee, nee. Achso. Mein Fehler. Sorry. Was ist? Ein Schnitt. Und die Töchterin immer recht. Sowieso. Ja. Also es ist natürlich ganz anders. Und dann sagt die Tochter, schön, elegant und modern. Also nimmst du sie so mit? So nehme ich sie mit jetzt. Gut, dann komm. So. Ah, Glückwunsch. So, wir haben es wieder geschafft, Sani. Das wollte ich eigentlich nicht. Töchterin. Töchterin. Vielen Dank.